UNTERTITELUNG Ihr vernachlässigt eure ehrlichen Pflichten, Maria Theresia. Hat sich mein General beschwert. Er sucht woanders zur Streuung. Aber es hat ja wohl so kommen müssen. Ist es denn meine Schuld, wenn er sich Abwechslung sucht? Wenn ihr nicht einmal euren Mann halten könnt, wie wollt ihr es dann eigentlich schaffen, das Reich zu halten? Kommt zu euch! Wir sind in der Mitte. Apa das war? Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Luise! Luise! Der Vorschlag Harats für die Ratssitzung, der Rapport über unsere Garnison in der Provinz... Warte! Was hat sie denn? Wahrscheinlich die Zähnchenhoheit. Sie darf sich empfehlen. Na? Hat sie Temperatur? Sie wird hier nicht gebraucht, Griffin. Warum schlechte die ganze Zeit meine Tochter an? Verzeiht, die Fritz wollte nur helfen. Ich bring sie zu Wasser. Lasst nur, ich mach das schon. Ihr müsst doch arbeiten. Ach, das kann doch warten. Ich will nicht, dass gewisse Gräfinnen denken, sie müssen sich um meine Töchter kümmern. Da habt ihr recht, Hoheit. Aber bedenkt, dass gewisse Gräfinnen euch vielleicht nicht nur als Mutter ersetzen wollen? Was hast du vor? Ich will mich hinlegen. So früh kann ich nicht schlafen. Ich hab ja auch nichts zum Schlafen gesagt. Aber du wolltest ja gerade gehen. Wie kommst du darauf? Nee, nicht der. Schon von Österreich wäre. Und würde ich mich bei dir entschuldigen. Ich würd's nicht ertragen, wenn sich meine Frau bei mir entschuldigt. Tue ich auch nicht. Aber wenn, dann würde ich sagen, dass ich in letzter Zeit ein bisschen überreizt war. Du bist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Du bedenkst nach ihm das? Oh ja. Hundigkeit.